Song heißt Gvidion und den haben wir mit der Schweizer Metalband, Folkmetalband Elevati zusammen geschrieben und das handelt von einem großen keltischen Zauberer, der quasi die Bäume für sich in die Schlacht ziehen lässt, um den Gott der Unterwelt zu vertreiben. Das Gedicht habe ich in einem Buch von Wolf-Dieter Stoll gefunden und das ist eine riesen Ehre und Freude, dass er selber sich Zeit genommen hat, zu sagen, ich komme vorbei und helfe euch in dem Video, weil er wird Gvidion darstellen. Eure Musik ist ja so toll, das mache ich gerne. Und er wird quasi, du wirst heute zaubern und die Bäume zum Leben erwecken. Ja, also mal sehen. Ob es klappt, das weiß man nie, aber wir haben gute Hoffnung. Erwacht die Bäume. Erlasst die Bäume. Bewegt euch und regt euch. Ich habe den Perchten gar nicht Hallo gesagt. Ich habe so eine persönliche Verbindung zu Perchten. Die haben mir als Kind die Mütze geklaut. Fiese Geschichte, ich habe geheult. Ja, müssen wir mal reden, ne? Ihr seid jetzt so eine Perchtengruppe hier aus der Gegend, oder? Genau, hier aus dem Ort, ja. Ich war so, das war jetzt nicht hier in der Gegend, das war noch ein bisschen südlicher, aber da bin ich, ähm, war so fünf, sechs Jahre alt, war mit meinen Eltern da, war ein Perchtenmarsch da irgendwie. Einer kam mir irgendwie so zu, so, ich kaufe mir die Mütze, irgendwie. Und ich habe sowas von geheult. Also es gibt ja den Krampus. Ja. Der Krampus bestraft, ist sein Job. Und wir sind Raunachsperchten, also Glücks- und Segensbringer. Ja. Das ist der entscheidende Unterschied. Ey, vielen Dank, dass ihr bei uns dabei seid. Ich glaube, das wird Wahnsinn irgendwie. Ja, das macht ja auch Laune. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Ja, cool. Schön. Megaschön. Der Olli hat vor, ich glaube, das war schon 10, 12, 15 Jahre her, hat er eine Harfe eingespielt für ein Stück von Elevati. Wir haben auch schon mal ein Stück von Elevati gecovert, das Omnos in der deutschen Version. Also die Zusammenarbeit ist einfach schon viele Jahre alt. Jetzt bei Gvidion war wirklich ganz speziell die Idee, dass wir so einen etwas härteren Metal-Teil einfach mal gerne in unserem Stück hätten. Und auch einen sehr charakteristischen Sänger, der diesen Zauberer Gvidion auch mit dem balesischen Textstück, was da drin ist, dieser alte Zauberspruch, wirklich umsetzen kann. Und da ist uns eben gleich der Fliegel aufgefallen und in den Kopf gekommen. Ja. Gvidion Dreh ist geschafft. Sechs Perchten, Faun, Wolf-Dieter Stoll und Team Elevati, Folk Metal aus der Schweiz, alles zusammen von morgengrauen bis abengrauen. Und das war ein Traum. Ja. Ja. Ja.